Hä? Aufgeräumt. So sehen meine Haare aus, wenn ich aufstehe. Ziemlich belastend. Weil nein, dieser zerzauste Stachellook kommt nicht einfach aus nichts. Von nix. Ich kann mich nicht konzentrieren. Konzentration! Dieser Look kommt von nichts. Ah! Wir machen uns jetzt diesen Stachellook. Ha! Ha! ADHS hier. Regen hier. Was sind meine Ketten? War hier ein Dieb und hat mir meine Ketten vom Hals geknirrt? Trigger. Ich kenne mir einfach meine Haare. Wisst ihr wie hart es ist, ich zu sein? Okay, und da ich auch gar keine Ahnung... Und wenn du es besser weißt, dann behalt es einfach für dich. Mein Gott, ich krieg jetzt schon wieder einen Anfall. Ich glaub, dass du weißt nicht allzu lang. Oh mein Gott, wieso dampft das so? Was versuche ich euch eigentlich zu erklären? Cover up my eyes and run solo. Pfff. Ziemlich. Seht aus wie davor, oder? Immer wenn ich Songs vorsinge, dann erkennt keiner. Why do you wake me up? Tada! Ja. Aber was ist das? Ah! Der ist grad so knapp in den Gully gefallen. Nicht mit mir! Und jetzt ab zum Raven. Bis zum nächsten Mal.